Ja, hallo, meine lieben Zockfreunde, willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 Ja, wir spawnen wieder beim letzten Speicherpunkt Was soll's? So, nun gehen wir Ach, nö, jetzt sind alle wieder da Na gut, war ja auch in Borderlands 1 schon so Hallo Danke Danke Ja, und wie soll ich bitte mit dem Ding zielen? Das kann ich vergessen, das wird so nix Hi, ja Ja Oh Schön! B2 Harbour! Ja, hallochen! Ja! Ja! Es tut weh! Schau! Ja! Okay! Ja! 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 Hemm! Hemm! Was machst du hier, du Schwarzvogel? Ja! Unser Inventar ist nun voll! Ja! Die kann... Okay! Die kann mal weg! Die kann mal weg! Ja! Ja! Ganz schön hier! Ja! Po WTF wie die verziet! Es ist ja nicht mehr menschlich. So. 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 what I mean? meine Güte! Ich bin der, der am Ende übrig bleibt! Wer du winseln, wenn du einen Plan hast! Meine Güte! Komm doch da mal runter! Ey, das ist doch nicht mehr normal. Können wir hier irgendwie zu dem Idioten hoch? Ah, die Leiter. So, friss. Friss Kugel. So, die Leiter. 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 Oh, pack sie vielleicht mit den Zähnen. Höre grundsätzlich nicht auf Rauschläge von Cloud Track. Pack die Sicherung einfach in Brewsters Schallkasten ein. Dann kannst du den Aufzug benutzen. Ja. Aber zuerst gehe ich noch die Bulimong Haare holen. Und für die nehme ich wieder meine Explosivknarre. Diese. Sehr effektiv gegen die. Die hier smashed. Oh. Sie sind so weich und warm. Und man kann damit Perfect Bruder vertreten abwischen. Warum vergesst du nicht Hermerburg? Und ich sieh mir, wenn du alles zusammen hast! Ähm. Ja. Und du bekommst eine geile Schotflinthe, die ich mit einem Toten Kamerjäger abgenommen habe. Ganz frisch. Dann ist die Taube an mir. So. Nein. Super, er ist geschwächt. Gib ihm im Nahkampf den Rest. Wunderbar. Du hast jetzt genug Fälle. Bring es mir und meine Sniper Rifle gehört dir. Hör nicht auf ihn! Bring mir die Fälle und ich gebe dir eine Schotflinte! Wer zum Teufel will ne Pumpgun, wenn man auch ne Sniper dafür haben kann? Also ich für meinen Teil, nehm die Sniper. Ähm. So. Jetzt war doch hier gleich noch was. Mit den Dingern da. Mit dem Aufzug. Was ist das? Oh! Sollte mal ein Medikid haben! Oh ja. Oh ja. Oh ja. Moment mal! Ist das denn echt ein Automat? Medikid Tomat? Siehst doch auf der Karte! Hä?